Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegen! Wir sehen vorliegend einmal wieder ein Paradebeispiel des Systems Ampelkoalition. Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, um aus tausenden Einzelklagen angeblich einige wenige zu machen. Ungenaues Ziel, falsche Mittel und rein technisch chaotische Umsetzung, so langsam erkennt da wirklich jeder ein Muster. Mit dem Heizungshammer wurden Sie für heute bereits zurückgepfiffen. Lassen Sie bitte auch diesen Streuschuss jetzt bleiben. Es stimmt zumindest, im deutschen Recht wird das Mittel von Massenverfahren zu stiefmütterlich gehandhabt. Der Einzelfallgerechtigkeit wird nicht dadurch gedient, dass sich Parteien und Gerichte mit Textbausteinen gegenseitig zuwerfen. Eine vermeintliche Klageindustrie wie in den USA, die will man dann aber natürlich auch nicht haben. Und dass frühere Bundesregierungen sich ebenfalls nicht gerade mit Kreativität rühmen konnten, sei jetzt mal dahingestellt. Jedenfalls drückte unsere Ampel die Zeit im Nacken, und irgendwie verwechselte man dann wohl auch noch die Anwendung mit der Umsetzungsfrist der EU-Richtlinie. Für EU-Apologeten freilich peinlich, dass man jetzt fast ein Verletzungsverfahren wegen Trödelei bekommt. Als AfD geben wir Ihnen die Empfehlung, lieber einmal Brüssel fristen, entspannt reißen und dafür vielleicht sinnvolle Gesetze für Bürger und Wirtschaft in Deutschland hinbekommen. Dem Ziel, möglichst risikoarm den Verbrauchern ihre Rechtsdurchsetzung zu ermöglichen, muss in jedem Fall auch die Herbeiführung von Rechtsfrieden hinzugestellt werden. Unternehmen müssen wissen, welche Verpflichtungen sie abschließend denn treffen. Können Verbraucher bis nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung einer Tatsacheninstanz noch auf- oder abspringen, wird die Relevanz von nachfolgenden Individualklagen vollkommen unübersichtlich. Ganz zu schweigen von einer einseitigen Erhöhung des sogenannten kollektiven Gesamtbetrags innerhalb der Sammelklage. Ob der Nachweis von nur 50 möglicherweise betroffenen Verbrauchern derart vage gehalten sein muss, scheint vor der vollmundig verkündeten Massenrelevanz dann auch wirklich inkonsequent. Die Deckelung des Streitwerts es wurde bereits gesagt, dass man dem Instrument hier selber gar nicht traut, zeigt eben auch, dass nur ein Prozent der 30 Millionen des Gerichtskostengesetzes hier für diese Deckelung herangenommen wurde. Man ist eben selber hier eigentlich mutlos unterwegs. Und sicherlich sollen damit nicht die Unternehmen beim Unterliegen abgesichert werden, sondern garantiert dilettantische Vorstöße von diesen Verbänden. Verbraucherschutz ist in einer komplexen Konsumwelt wichtig. Auch auf den ersten Blick kleine individuelle Rechtsverletzungen sollen für den Bürger definitiv sinnvoll verfolgt werden können. Der nun vorliegende Regierungsentwurf geht aber zu weit, wenn er eine Zugangsschwelle wie noch bei der Musterfeststellungsklage, die es ja gibt, kaum noch erkennen lässt. Das züchtet dann genau das heran, was man angeblich so fürchtet, die Klageindustrie. Und bei uns in Deutschland ist es seit einer Weile ja üblich, dass diese dann ohnehin eine Schlagseite bekommt, eine ideologische. Denn welche Verbände werden weiter ausgebaut, gepempert und neu gegründet werden? Das bekannte Gruselkabinett aus Postwachstumsökologie, Verbotsnormwächtern und Deindustrialisierungskreuzrittern. Man darf aber bei Tricksereien und Unlauterkeit im Wettbewerb eben nicht mit Gängeleien und Unzulänglichkeit antworten. Der Antrag der Linken geht abschließend wie zu erwarten gleich komplett in die Vollen mit Gewinneinziehung auf Verdachtsbasis, klagen gleich ohne Verbände sogar sowie freie Schaden, Schätzungsbefugnis der Gerichte. Gruseliger geht also immer, besser aber erst gar nicht in irgendeine Geisterbahn einsteigen. Wir sehen uns im September. Vielen Dank.